Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus München und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern im Bayerischen Landtag. Heute mal von vor dem Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum, dem Gebäude unseres Parlaments, mit einem wunderschönen Blick über München und dem historischen Gebäude in meinem Rücken. Deshalb, weil es heute so wunderschön weiß-blau Wetter ist über der Landeshauptstadt und weil durch die Rücknahme der Corona-Beschränkungen jetzt ja auch wieder etwas mehr Freiheit und ein bisschen gemeinsames Draußensein möglich ist. Um dieses Thema geht es auch in der Frage der heutigen Folge. Die kommt nämlich vom Andi aus Kelheim. Der Andi hat wahrgenommen, dass das Bayerische Kabinett über die Pfingstpause ein doch sehr eindrucksvolles Paket an Lockerungen beschlossen hat. Und er schreibt mir, jetzt konntet ihr, Freien Wähler, euch ja endlich durchsetzen mit den Corona-Lockerungen. Seid ihr mit dem, was jetzt gilt, zufrieden? Und wie geht es weiter? Ja, Andi, das ist tatsächlich die zentrale Frage dieses Sommers. Und deshalb danke ich dir sehr herzlich dafür und nehme auch gerne Stellung dazu. Zunächst die Frage, sind wir, Freie Wähler, zufrieden mit dem, was jetzt von der Bayerischen Staatsregierung, vom Kabinett beschlossen worden ist? Ich würde sagen ausdrücklich ja, deshalb, weil sich die letzte Beschlussfassung des Kabinetts, des Ministerrates ja geradezu liest, wie das, was wir Freien Wähler in den letzten Wochen vorgeschlagen haben, unter dem Eindruck von endlich wieder gesunkenen Inzidenzen. Deshalb war es durch eine gewaltige Kraftanstrengung der Menschen in unserer Heimat gelungen ist, auch die nächste Corona-Welle zu brechen, ja endlich wieder den Kopf rausstrecken zu können, in Richtung Freiheit, erste Schritte zurückzugehen in Richtung Normalität. Das haben wir, Freien Wähler, uns das, glaube ich, konnte jeder zur Kenntnis nehmen, sehr gewünscht. Jetzt geben die Zahlen das auch her und deshalb konnten wir uns jetzt auch mit unseren entsprechenden Forderungen auf Ebene des Kabinetts durchsetzen. Also ja, wir sind sehr zufrieden. Was gilt jetzt? Eigentlich ein dreistufiges Verfahren. Zunächst einmal bei einer Inzidenz von größer 100, die es Gott sei Dank gar nirgends mehr gibt in unserem Freistaat Bayern. Die Bundesnotbremse, bekannt, wir Freien Wähler haben dagegen geklagt. Wir sind nach wie vor der Auffassung, auch bei Inzidenzen größer 100, können wir hier im Bayerischen Landtag am allerbesten entscheiden, was gut für die Menschen in unserer Heimat ist und brauchen keinen Oberschiedsrichter aus Berlin. Trotzdem hat der Bundesgesetzgeber das in Kraft gesetzt. Also bei Inzidenzen größer 100 würde noch bis Ende Juni, und ich hoffe, dass das dann ausläuft, die Bundesnotbremse gelten. Für alle Inzidenzen darunter sind wir in Bayern zuständig. Da haben wir jetzt den Katastrophenzustand wieder zurückgefahren und eigentlich nur noch zwei Inzidenzgrenzen eingeführt. Einmal die 50 bis 100 und einmal Regionen mit Inzidenzen unter 50. Und die Good News ist, das sind zwischenzeitlich die aller, allermeisten in Bayern. Was gilt zwischen 50 und 100? Dort gilt, dass nahezu alles wieder möglich ist, was wir so vermisst haben, so schmerzlich in den letzten Wochen und Monaten, wenn man sich vorher testen lässt, so ist es stark vereinfacht formuliert. Bei unter 50 ist es auch ohne Test möglich, wieder in den Biergarten zu gehen, sich wieder mit mehreren Menschen draußen, bis zu zehn Personen zu treffen, ist es wieder möglich, Sport zu treiben an der frischen Luft, was sehr wichtig gewesen ist. Das mal als Beschluss, weil jetzt auch die Fußball, die Tennissaisons wieder losgehen, auf den Weg zu bringen. All das also jetzt auch in Bayern wieder möglich, weil die Menschen mitgemacht haben, weil die Maßnahmen unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU gewirkt haben, ja, weil wir jetzt wieder in der Lage sind, erste Schritte sukzessive zurück in Richtung Freiheit, in Richtung Normalität zu gehen. Also erster Teil meiner Antwort lieber an die hohe Zufriedenheit bei uns Freien Wählern mit den neuen Lockerungen, ja, mit den Lockerungsmaximen, weil sie das umsetzen, was wir Freien Wähler uns vorgestellt haben im Hinblick auf die Corona-Politik für diesen Sommer jetzt endlich ein gutes Leben mit Corona zu ermöglichen, wieder mehr Freiheit, wieder mehr Normalität auf den Weg zu bringen. Ich will aber noch zwei Anmerkungen darüber hinaus machen, weil ich in der Tat glaube, und das war, Andi, auch deine Frage danach, wie es jetzt weitergeht, dass es damit sozusagen noch nicht getan ist. Ich glaube schon, wir brauchen auch einen mittelfristigen Plan, wie es jetzt weitergehen soll, und wir brauchen vor allen Dingen einen langfristigen Plan für den Herbst. Wir müssen ausschließen, dass wir, wie das an der einen oder anderen Stelle auch in anderen Bundesländern noch stärker als in Bayern im letzten Jahr der Fall war, dass im Herbst dann vielleicht wieder ein Aufflammen, eine neue Mutation kommt und wir dem wieder unvorbereitet gegenüberstehen. Wir brauchen jetzt sozusagen in den Corona-Guten, in den Corona-Besseren Zeiten schon den Plan, was im Herbst passiert, der hoffentlich nie mehr aus der Schublade geholt werden muss, der aber da sein muss, falls es nötig sein wird. Zunächst aber, was fehlt uns Freien Wählern jetzt noch im Bereich der Lockerungen? Was wünschen wir uns noch vor dem Herbst für den Sommer? Ich will drei Themen nennen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir noch ein gutes Stück weit nachsteuern im Bereich von Kunst und Kultur. Da ist ja jetzt, das hat man verfolgen können, eine Lex-Fußball auf den Weg gebracht für die EM. 15.000 Leute in der Allianz Arena, jeder vierte Platz besetzt. Das ist aber im Moment nur eine Lex-Fußball. Das ist nicht abgebildet für andere Sportarten, das ist nicht abgebildet für den Bereich der Kunst, der Kultur. Und ich halte es für sehr schwierig, dem Künstler zu sagen, wärst du lieber Fußballer geworden, dann könntest du vor 15.000 Menschen auftreten, nachdem du Künstler bist, der genauso wichtig ist, wie ich finde, für unsere Gesellschaft im Ganzen. Können es nur 250 Leute sein. Ich glaube, da brauchen wir eine Annäherung. Wir brauchen noch weitere Lockerungen im Bereich der Kunst und Kultur. Erster Punkt. Zweitens, ich glaube, wir müssen dringend auch eine Perspektive, wenn es jetzt Sommer wird und man wieder draußen sein kann, aufzeigen für unsere Marktkaufleute, für die Messen, für diejenigen, die draußen ein Angebot machen. Und das Dritte, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist das Thema Maskenpflicht in den Schulen. Da haben wir im Moment ja jetzt beispielsweise in der Grundschule die Situation, dass unsere Kleinsten zwar zweimal die Woche getestet werden, aber trotzdem in der Schule, am Platz und vor allen Dingen auch draußen auf dem Pausenhof die Maske tragen müssen, führt zu absurden Situationen. Man spielt dann Fußball im Sportunterricht ohne Maske, in der Sporthalle mit Körperkontakt, muss anschließend auf dem Pausehof die Maske wieder tragen und am Nachmittag kann man da mit den Freunden ins Kino gehen und braucht es wieder nicht. Das sind Strukturbrüche, die wir dringend auflösen müssen, wenn wir es schaffen wollen, dass die Menschen auch auf dem weiteren Weg, wenn es jetzt auch leichter wird, noch gut mitmachen, um dieser Pandemie endlich final die Stirn zu bieten. Deshalb also diese drei Punkte, Kunst und Kultur, alles, was draußen stattfindet im Sinne der Marktkaufleute, dessen, was draußen passieren soll, und das Thema Maskenpflicht in der Schule, da glaube ich, ist es jetzt auch, wie die Stadt Augsburg das für den öffentlichen Raum schon gemacht hat, an der Zeit darüber nachzudenken, wie man das sukzessive, mindestens am Platz in der Schule und für die Kleinsten in der Grundschule, wieder zurücknimmt aus Sicht von uns freien Wählern. Und jetzt noch zu guter Letzt der Ausblick auf den Herbst. Da glaube ich, sind wir wirklich gut beraten, uns schon jetzt die klugen Gedanken zu machen, entsprechend vorzusorgen für das, was im Herbst hoffentlich nicht mehr einschlägig wird, weil die Durchimpfung dann hoch ist. Bis dahin weiter impfen, 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 bis dahin weiter an den Therapiestrategien forschen, aber uns auch retrospektiv diesen Brennglaseffekt, den Corona uns vor Augen geführt hat, vor Augen führen, wahrnehmen, dass in einer Krise auch eine Chance ist und lernen, einmal kurzfristig für die Corona-Krisenbewältigung, dass bestimmte Maßnahmen wirksam waren und andere nicht, die es in Zukunft nicht braucht, auch wenn noch eine weitere Welle kommt. Und zum anderen auch Schlussfolgerungen für Politik im Ganzen ziehen, im Hinblick auf die Pflegekräfte, im Hinblick auf die Wirtschaft, abgebrochene Lieferketten, also diese Krise auch als Chance begreifen, die größten Herausforderungen in der Nachkriegszeit auch hernehmen, um politische Reformen abzuleiten, leeren, aus Corona zu ziehen. Das ist die dritte Phase. Erste Phase also zusammenfassend lieber an die hohe Zufriedenheit mit den aktuellen Beschlüssen des Kabinetts. Da haben wir freiwillig uns durchgesetzt. Zweite Phase jetzt noch nachsteuern, wo es Strukturbrüche gibt, nachdenken über die Rücknahme der Maskenpflicht am Platz in den Schulen, mindestens mal bei den Kleinsten, gerne jetzt auch schon sofort und vor den Sommerferien, vor es dann im nächsten Schuljahr hoffentlich wieder in den Normal- und Präsenzbetrieb geht, an den Schulen und dann in einer dritten Phase in Ruhe auf diese Zeit blicken, leeren aus Corona ableiten und uns rüsten für den Herbst, falls wir noch nicht durch wären, falls noch mal was kommt, dass Maßnahmen, die wir uns sparen hätten können im Nachhinein, dann auch gar nicht mehr in Kraft gesetzt werden. So viel lieber Andi zu deiner Frage aus Sicht von uns freien Wählern, von unserer Regierungsfraktion im Maximilianeum. Und wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche hoffentlich wieder bei genauso sensationellem Kaiserwetter in München um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion Frag Fabian Frag Fabian